Hallo meine Lieben, guess what? Elveity haben mich auch im Stich gelassen, auch wenn ich das vorher alles abgesprochen habe. Es ist manchmal ein bisschen frustrierend. Das wird irgendwann kommen, aber nicht heute. Aber das wird uns nicht aufhalten. Leute, heute soll es mal um Liebe gehen. Keine Livemusik, kein gemeinsames auf dem Acker besoffen Umfallen, was eigentlich viel wichtiger ist als die Musik, oder? Also alle die ganzen in der Welt verteilten Freunde, die man eben nicht sehen wird dieses Jahr. Ja, all die Geschichten, die sich nicht ereignen werden, über die man dann noch jahrelang sprechen und sich zurückerinnern kann. Ja, eine ganze Menge, was da dieses Jahr neben der Musik ausfällt oder drumherum. Deswegen gibt es zum Beispiel auch meine digitale Taverne heute 20 Uhr live auf Twitch mit Kissing Dynamite, Oceans und Anis Okay. Schaut rum, den Link findet ihr dort unten, dass man nebenbei rein quetscht. Aber ich glaube, das muss man erwähnen, dass eben nicht nur die Kunst leidet, sondern auch durch das Wegfallen des Zelebrierens von Kunst und des ganzen Drumherums eben auch das soziale Gefüge belastet wird. Ja, diese zwischenmenschlichen Interaktionen wegfallen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man zusammen ein Horn auf die Götter leert. Also auch, aber noch viel mehr als das. Ja, wir mit unseren Musikfestivals sind da jetzt nicht die Ersten und werden vermutlich auch nicht die Letzten sein, die zusammenkommen, um das Leben zu feiern. Ja, erinnert euch beispielsweise an die Sonnenwendfeiern. Der Mensch, der feiert ja schon immer. Da gibt es eine ganz spezifische Begründung dafür. Oft ging es bei diesen Festen beispielsweise um Fruchtbarkeit, darum, das pure und wahre Leben zu spüren. Emotionalität ist da im Gegensatz zum normalen Alltag, wo man sich auch verstellen muss und funktionieren muss, eben auf Festivals erwünscht, dass man einfach das rauslässt, was einen selbst ausmacht. Und ich glaube, viele von euch haben auch schon mal Liebe auf einem Festival erfahren. Ich habe ganz ehrlich gesagt Bock auf eure Storys. Und um genau zu sein, haben wir Bock auf eure Storys. Genau, weil während der Wackenzeit wird es vom ZDF Kultur einen Schwerpunkt zum Thema Metal geben. Zusammen mit dem ZDF war ich ja jetzt die Tage in Wacken. Und wir haben einen coolen Beitrag zusammengebaut, den ihr ab Sonntag, den 26. Juli, online in der Mediathek sehen könnt. Ich freue mich ja mega, dass Metal jetzt langsam quasi irgendwie auch eine Rolle zu spielen scheint. Und dass ich da meinen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Und ja, eins der Themen, um die es da gehen wird, ist, und das finde ich persönlich total toll, nämlich Festivalliebe. Ja, nicht immer das ewige, ja, wie krass ist Metal eigentlich und wie groß ist Wacken. Oder, ja, die sind ja alle ganz lieb, obwohl sie böse aussehen. Nee, sondern was bedeuten Festivals eigentlich für unsere Subkultur, das Zusammensein. Ja, und ihr könnt nun also mit euren Geschichten dazu beitragen, zu zeigen, wie voller Liebe unsere Community ist. Erzählt uns in einem kurzen Video von eurer Festivalliebe. Klar wäre natürlich schön, wenn man euch dann gemeinsam in dem Video sehen würde. Damit meine ich jetzt nicht du und deine Hand, ne. Wie habt ihr euch auf einem Festival kennengelernt? Wie ist es dazu gekommen? Warum seid ihr immer noch zusammen? Was verbindet euch? Das wäre geil. Du kannst das Video via WhatsApp unter der Nummer 01624892306 oder über das ZDF Upload Center unter festivalliebe.zdf.de einreichen. So, jetzt kommt hier noch eine rechtliche Belehrung, die ich vorlesen muss, damit es alles eine Ordnung hat. Mit dem Upload des Videos erklärst du dich damit einverstanden, dass das ZDF das Video im Rahmen seines Programmauftrags nutzt. Insbesondere werden dem ZDF die nicht exklusiven, aber zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte an dem Video oder an Ausschnitten daraus unter Verzicht auf eine Vergütung eingeräumt. Das ZDF ist berechtigt, die Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen oder diesen Nutzungsrechte einzuräumen. Mehr Infos dazu findest du unter festivalliebe.zdf.de So, die Bedingungen und Adressen findet ihr dann auch da unten in der Beschreibung nochmal. Das musste ich jetzt machen, weil das ist halt alles ein bisschen förmlicher. Ihr habt bis Sonntag, den 26. Zeit und ich freue mich mega darauf, eure Videos zu sehen. Also ich gucke die mir natürlich alle durch. Dieses Jahr wird es ja nun leider nicht passieren, dass sich diese Geschichten ereignen, dass sich neue Festivalpärchen treffen, auch wenn mein Herbstreiken beispielsweise wie geplant am 4. bis 6. September auf der Niederburg von Kranichfeld stattfinden soll. Aber das ist ja nun leider kein Festival im klassischen Sinne. Wir können ja keine Festivals feiern auf nicht absehbare Zeit. Aber wir können uns ja zumindest schon mal auf hoffentlich nächstes Jahr freuen und in Erinnerung schwelgen. Und jetzt zu der Frage, wieso verlieben wir uns jetzt eigentlich auf Festivals? Und ich persönlich habe da zehn Gründe entdeckt, an denen es liegen könnte, meines Erachtens. Punkt 1. Auf einem Festival fühlt man sich, na klar, vor allen Dingen wohl. Es gibt nichts, was einen so wirklich belastet und man denkt nicht über morgen nach. Maximal über die Kopfschmerzen, die man haben wird. Eigentlich die perfekte Umgebung, um sich zu verleben. Ja, also komplett unbeschwert. Dazu kommt, dass man gleich ein gemeinsames Erlebnis hat, an das man sich zurückerinnern kann und die Verbindung von Anfang an durch diese positiven Emotionen auch mitgetragen wird. Das ist wie zu sagen, der Schöpfungsmythos der Beziehung. Gemeinsame Geschichte verbindet unglaublich. Und drittens, grundsätzlich hat man ja scheinbar irgendwie auch einiges gemeinsam, wenn man auf demselben Festival unterwegs ist. Zumindest hört man ungefähr die gleiche Musik oder gibt sich mit demselben Menschenschlag ab. Ja, und das heißt für die späteren Hobbys, dass man auch gleich weniger Sorge haben muss, dass das irgendwie inkompatibel wäre, weil also zumindest Festivals und Musik scheint man ja schon ein bisschen gemeint zu haben. Und natürlich macht es auch wieder attraktiver, denn wenn uns ein Mensch begegnet, der dieselben Dinge mag wie man selbst, der wird auch wahrscheinlicher auf der gleichen Wellenlänge schwimmen. Fünftens, die Wahrscheinlichkeit Menschen zu begegnen, denen man sonst niemals begegnet, wäre es höher. Schließlich kommen aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Herren Ländern und de facto auch aus allen Schichten Menschen zusammen, die im normalen Leben sich vielleicht niemals über den Weg gelaufen wären. Da erinnere ich mich einfach nur an meinen gemeinsamen Alkoholgenuss mit den Wirtschaftsprofessoren aus Midweida auf der Fullmetal Cruise. Mit denen habe ich aber keine Liebesbeziehung geführt. Blödes Beispiel. Oder sechstens, man ist mit Menschen unterwegs, die man eigentlich schon kennt und lernt sie dadurch auf eine ganz neue Art und Weise kennen. Eine, die man so noch nicht kannte und die andere Personen im Alltag normalerweise sonst versteckt. Ist ja auch immer ganz interessant, oder? Außerdem ist man selber viel unbefangener, da man sich nicht wirklich um Konventionen schert und dem Thema mal keine Bedeutung schenkt. Man ist viel entspannter und natürlicher und wirkt vielleicht deshalb auch irgendwie viel attraktiver auf den anderen. Also das ist ja wirklich so, wenn man entspannt ist und nicht auf Schürzen jagt beispielsweise. Und wenn man sich dann auch noch in seinem ganz persönlichen Habitus, in seinem Wohlfühlbereich bewegt, ist es ja nochmal verstärkt. Und so ein Festival erschafft ja auch Situationen. Wir haben viel mehr Möglichkeiten uns zu begegnen, auch mal allein für einen persönlichen Dialog. Wahrscheinlicher als vielleicht mal im Büro oder bei Feiern mit gemeinsamen Freunden. Oder halt eben Leute komplett außerhalb des Freundeskreises. Und ja natürlich ist man meistens nicht ganz nüchtern. Das ist jetzt der nächste Punkt. Das hilft ja bekanntermaßen auch sehr, sich da ein bisschen näher zu kommen und ein bisschen offener zu sein. Und der zehnte Grund letztendlich ist für mich, dass man auch so ein bisschen was an Abenteuer sucht, wenn man sich in diese kurze paradiesische Situation eines Festivals begibt. Man ist viel offener und freier und das fühlt man während der Tage. Und das gibt einem dieses kleine bisschen extra Pepp, das verhindert, dass man sich doch lieber von der Emotion distanziert. Also das ist ja jetzt alles ziemlich einleuchtend. Aber eine Frage hätte ich doch noch schon gerne geklärt jetzt hier irgendwie. Wie, warum feiern wir eigentlich Festivals? An der Uni Basel wurde dazu geforscht und herausgefunden, dass das Festival per se eine kulturell sehr wichtige Rolle gespielt hat. Schon, ja weiß ich nicht, schon immer. Grundlegend historisch war es damals schon so, wie es de facto heutzutage immer noch ist. Man durchbricht gemeinsam die gewohnten Konventionen, entflieht der Monotonie des Alltags und dessen Entbehrung. Ja und all der Probleme, die man ansonsten so hat. Für einen Moment muss man sich eben keine Gedanken um die Zukunft machen. Das kennt ihr. Man kann einfach mal nur man selbst sein. Und wenn das bedeutet, dass man sich mal ein paar Tage nicht wäscht, dann ist das halt so. Und zwar in der unmittelbaren Gegenwart. Du riechst, wie du jetzt riechst und nicht wie du riechen wirst. Dem Fest wohnt so ein Moment des Ekstatischen, des Erlebens, ja beinahe übernatürlicher Erfahrung inne. Und Ethnologen haben von ekstatischen Verzückungen an Festen, ja der früheren primitiven Gesellschaften davon berichtet, ja. Die oft tagelang anhielten und bisweilen bis zu lebensgefährlichen Erschöpfungen der Beteiligten führten. Das klingt gefährlich, oder? Also ist ja im übertragenen Sinne heute auch nichts anderes, oder? Der französische Soziologe Emile Durkheim, oder Durkheim, ich habe keine Ahnung, wie man Durkheim auf Französisch ausspricht, der sah das Wesen des Festes im Exzess, in der momentane Rückkehr an das schöpferische Chaos einer Ursprungszeit, in welcher der Mensch dem Göttlichen direkt gegenüber tritt und in der die alltäglichen Grenzen zwischen Erlaubten und Unerlaubten aufgehoben sind. Erlaubt ist, was gefällt und was Spaß macht. Unterschiedliche Hilfsmittel und Anreize verstärken dieses Erlebnis. Das festliche Mahl, dem früher eine Zeit des Sparens, der Aufbewahrung und Sammlung von Lebensmitteln vorausging, beispielsweise. Damit man dann überhaupt gemerkt hat, wie verschwenderisch das Festmahl am Ende wurde. Da konnte man dann mehr über die Stränge schlagen, weil es dann einfach auch viel krasser wirkte, wenn man mal ein paar Wochen nicht so viel gegessen hat oder nicht getrunken hat. Und dann Drogen und Musik und Tanz oben drauf und schon hast du einen ekstatischen Zustand. So ein bisschen Ekstase, Chaos, Genuss und vor allem Genuss des Unerlaubten, das sei uns doch allen irgendwie vergönnt, oder? Ich meine, es war schon immer ein Teil des Lebens des Menschen und ich denke, das ist auch so, weil wir es eigentlich wirklich nötig haben. Weil das notwendig ist, dass wir das Leben auch irgendwie ein bisschen lebenswerter gestalten, oder? Also das ist meine Theorie. Das soll es von mir für heute gewesen sein, zumindest bis heute 20 Uhr auf Twitch. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen und ganz besonders werde ich mich darauf freuen, eure Liebesgeschichten zu sehen. Also schickt uns eure Liebesvideos zu, am besten mit eurem Schatz zusammen. Erzählt uns, was auf dem Festival passiert ist, auf welchem Festival es war und warum das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich bin sehr gespannt. Da unten seht ihr nochmal, wohin das kommen soll. Bis dahin, Tschüssikowski und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.